Grill den Henssler. Die letzte Folge von dieser Staffel. Und der Meister hat einen pikanten Plan. Wäre die Jury Überraschung. Kalli, hast du das probiert? Ne, das esse ich schon nicht. Es haut ihnen die Birne weg. Ich gehe davon aus, dass der uns vergiften wollte. Ich bin nicht euer Freund. Grill den Henssler. Sonntag 20.15 Uhr. Grill den Henssler.